Das haben wir sehr stark verbessert, um da die Abfrage zu erleichtern. Und gerade wenn man ein Angebot ausdrucken möchte, haben wir auch da weitergearbeitet. Wenn man nämlich in dieser Übersicht Wohlfühlpreise, dann unten in der Öffnung kommt hier dann so ein Druckersymbol. Und wenn man da drauf geht, bekommt diese wunderschöne Ausgabe jetzt auch mit eingedrucktem Reisebüro. Wer benutzt das schon? Oder immerhin zwei. Der Rest sollte es mal ausprobieren, denn auch da haben wir das Leben erheblich erleichtert. Gerade wenn man schnell ein True Cruises Angebot machen möchte, ist man hier über diese Seite deutlich schneller. Man hat die Routenkarte drin, die Liegezeiten und man hat alle Kabinenkategorien. Denn ich weiß nicht, wie mir schon aufgefallen ist, in unserem neuesten Katalog, Sommer 2017 und Winter 2017, 18 sind nicht mehr alle Kabinenkategorien im Katalog. Wenn man also alle Preise der Kabinenkategorien sucht, muss man über diese Seite arbeiten, sonst bekommt man diese Ausgabe gar nicht. Deshalb weise ich da nochmal drauf hin. Das ist die Darstellung der Preisübersicht in unserem Infonet mit allen Balkonkategorien. Und was ganz wichtig ist, auch heute, wir haben Balkonkabinen, die wir anschauen, in denen Sie keinen Unterschied in der Kabine sehen. Bei uns gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied, das ist die Balkonkategorie H wie Heinrich. Denn das sind Kabinen mit Sichtbehinderung, Balkonkabinen mit Sichtbehinderung. Und das ist die einzige Unterscheidung wirklich in der Qualität der Kabine. Alle anderen Kategorien unterscheiden sich nur in der Lage der Kabine. Und da ist es so, je höher, umso mitschiebiger. also mit Interforsicht der Kabine